ja hallo mein name ist oritz ja und ich in das haut gewürztagsgeschenk von ihm hier ja ja ihr habt ihn ja alle so toll gratuliert zum gewürztag und da wollte er euch unbedingt noch was sagen ja ich wollte sagen vielen dank für die ganzen gratulationen und guten wünsche ja und was hast du sonst noch geschickt gekommen ein film oder whiplash tolle karte kuchen buch gutschein für ausflug lauter tolle sachen rieber 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 ja und ihr werdet bestimmt schon erraten haben was ich hier und hier und er sei es schreibt als kommentar unten drunter und kriegt als freies und feuchten händedruck hast du hände ja deine hände also meine hände und du ja für die kriegst du den feuchten final tritt ja okay vielleicht gibt es auch eine einladung zum kaffee einladung zum kaffee sehr gut sehr gut sehr gut also wer es weiß dass ich für ein tier wird schreibt es unten in den kommentar machts gut tschüss